Ähm, darf ich Sie was fragen? Stehen Sie auf mich? Ja? Won-Chin, hast du schon gefrühstet? Äh, warum lachen Sie? Du hast mal gesagt, dass du und ich aus verschiedenen Universen stammen. Lass uns Freunde sein. Freunde? Wir beide? Wieso der Ausstieg? Die Frage hast du sicher schon tausendmal gehört. Nein. Nicht einmal. Das heißt, aus uns beiden kann nichts mehr werden? Das reicht. Wenn du verletzt wirst, kannst du dich an meiner Schulter ausheulen. Dazu sind Freunde doch da. Kann sein, dass du recht hast. Dass wir jeweils in einem anderen Kosmos gelebt haben. Und nur durch Zufall an einer Haltestelle nebeneinander saßen. Ich mochte es jedenfalls sehr, dass du es warst. Was ist ein Mensch, nicht nur five Thirty-Moz. dass du dich an dieser Haltestelle nehmat nieச voice. Mit einmal zur Haltestelle déplacerest?